Ich bin Tim Melberg, ich trainiere den Hennig Schlachter bei EuroSkills 2021 bei den Fliesenlegern. Vor zehn Jahren habe ich meine Ausbildung als Fliesenleger gestartet, bin dann als Klassenbester über Kammer-Landes-Bundesebene in das Nationalteam der Fliesenleger gekommen. Ab da selber 2015 und 2016 an der jeweiligen Europameisterschaft der Weltmannschaft teilgenommen. Anschließend ist mein Trainer dann in den Ruhestand gegangen und der hat noch einen Nachfolger gesucht. So bin ich dann mit ins Trainerteam der Nationalmannschaft gerutscht und jetzt ist mein erster Einsatz als erster Experte unseres Teams. Jannik ist jetzt schon seit zwei Jahren im Team. Da die EuroSkills jetzt schon zweimal verschoben worden ist, ist er schon lange dabei und hat schon sehr viele Trainings absolviert. Jannik drücke jetzt für die EuroSkills auf jeden Fall die Daumen. Er ist super vorbereitet. Ich denke, wir holen das Bestmögliche nach Hause. Janik drücke jetzt bei der